Und damit ein herzliches Willkommen, mein Lieben, zu einem neuen WoW-Add-On-Tipp. Diesmal habe ich für euch ein Add-On da, das besonders für alle Haustier-Sammler und Kämpfer da draußen vielleicht ganz interessant sein wird. Denn mit diesem Add-On hier können wir unsere Haustiere in Gruppen sortieren, müssen die nicht immer wieder neu raussuchen. Und es hat natürlich auch noch ein paar andere sehr, sehr schöne kleine Extras, die ich euch jetzt aber einfach mal im Spiel selber zeigen werde. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Und wenn wir dieses Add-On natürlich jetzt runtergeladen haben und installiert haben, dann kann das Ganze eigentlich auch schon hier losgehen. Den Link zum Add-On findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und als allererstes machen wir natürlich jetzt erstmal hier unser Haustier-Menü auf. Und da seht ihr auch schon eine Veränderung. Wir haben hier ein kleines Fenster dazu bekommen, wo wir halt unsere Teams verwalten können. Das Schöne an diesem Team erstellen ist einfach, dass wir nicht immer wieder durch unsere ganze Haustier-Sammlung durchscrollen müssen und halt bestimmte Haustiere immer wieder neu zu suchen. Nein, wir haben dann halt diese Teams hier, wo wir halt unsere Favoriten-Haustiere haben oder auch bestimmte Haustiertechniken haben, wenn wir zu bestimmten Haustier-Kämpfern gehen oder sowas. Wenn wir die Dailys machen und so weiter und so fort. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie wir hier überhaupt so ein Team erzeugen. Wir können natürlich auch jederzeit hier so ein Team auch löschen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wir müssen einfach auf das jeweilige Team klicken und löschen das hier unten. Einmal bei Team löschen. Und wenn wir natürlich das Team wieder erzeugen möchten, gehen wir hier unten auf Team erzeugen und geben oben einfach wieder den Namen ein, den wir hier gerne wählen möchten. Ich nenne das jetzt einfach mal wieder Team 4. Und klicken den jeweiligen Icon an, den wir halt möchten. Ich nehme jetzt einfach mal hier das blaue Schwert. Bei den anderen haben wir hier auch dieses Schwert da drin. Ich nehme jetzt hier einfach mal das blaue Schwert. Es ist auch eigentlich relativ wichtig, dass ihr euch ein Icon auswählt. Warum, zeige ich euch nämlich gleich. So, ich nehme jetzt wie gesagt einmal das blaue Schwert. Klicke hier auf OK und dann haben wir das Team eigentlich auch schon wieder erzeugt. Wir können natürlich auch jederzeit das Team oder die Besatzung des Teams ändern. Und zwar gehen wir, wie gesagt, wieder auf das jeweilige Team immer. Ihr seht, dann ist das immer so ein bisschen unterlegt mit Grün. Und dann können wir hier das Haustier auswählen, was wir ändern möchten. Schieben das einfach hier in das Team rein. Und dann wird das hier automatisch gespeichert. Wir können natürlich auch jederzeit den Namen des Teams oder das Icon natürlich auch jederzeit wieder ändern. Einfach hier auf diesen kleinen Stift hier gehen. Und dann seht ihr, öffnet sich wieder das Fenster hier. Und dann können wir das auch jederzeit hier ändern. So, dann das nächste, was auch noch wirklich sehr, sehr schön ist. Wir haben natürlich jetzt hier oben an der Minimap einen kleinen Button. Das ist so ein kleiner Fuchskopf. Und da, wenn wir da jetzt einen, ja, Linksklick drauf machen, dann öffnet sich jetzt hier also ein kleines Teamfenster, kann man sagen. Und da sehen wir jetzt alle Teams, die wir erstellt haben. Deswegen auch der Icon, den ihr auf jeden Fall auswählen solltet. Weil wenn ihr keins auswählt, dann könnt ihr hier unten halt nicht so wirklich, ja, was auswählen. Denn ihr seht auch nicht, um welches Team es sich handelt. Also man sollte auf jeden Fall ein Icon wählen. So, und wie gesagt, wir können jetzt hier auf diese Icons gehen und können halt zwischen diesen Teams hin und her switchen. Und das Team, was wir natürlich auch gerade ausgewählt haben, hier in diesem Teamfenster, mit dem treten wir natürlich auch gegen den jeweiligen Gegner an. Wir können natürlich auch, was ich auch noch sehr schön finde, wir können ja auch jederzeit durch dieses Teamfenster hier in dieses Haustiermenü gehen. Wir können da wieder alles ein bisschen abändern. Und dann genauso können wir auch hier mit diesem Fenster hier auch die Haustiere wiederbeleben. So, als nächstes, wir kämpfen jetzt einfach mal gegen die Großmeisterin hier. Sprecht ihr einmal mal an und treten mal gegen die Gute hier an. Und das Schöne jetzt hier dran ist auch noch, dass ich wirklich, also mir persönlich immer sehr, sehr oft hilft, ist einmal dieses Kampffenster hier unten, was ihr seht. Ihr könnt dieses Kampffenster auch verschieben, das ist auch möglich. Aber ich habe es eigentlich immer sehr, sehr gerne hier unten in der Mitte. Und zwar sehen wir jetzt hier in diesem Fenster erstmal ganz oben die beiden Haustiere, die gerade gegeneinander antreten. Dann sehen wir halt auch, was es für eine Haustierart ist. Kleintier, Elementar und so weiter und so fort. Sehen natürlich auch die Level vom Haustier. Dann sehen wir da unten natürlich, wie dieses Haustier heißt, auch wie viele Lebenspunkte dieses Haustier hat. Und wir sehen natürlich auch immer noch, welche Tiere noch nicht tot sind, noch leben, die überhaupt bei uns im Team sind. Und genauso sehen wir auch die Haustiere von unserem Gegner. Das heißt auch, da sehen wir, um welche Haustiere, also welches Art vom Haustier es sich handelt und welches Level es hat und was uns noch zu erwarten hat. Genauso, was mir immer sehr, sehr oft hilft, ist, einmal sehen wir jetzt hier auch noch, das hat jetzt hier mit der Schnecke hier zu tun. Die Schnecke macht zum Beispiel jetzt erhöhten Schaden an untoten Haustieren, aber macht wenig Schaden an halt Humanoiden halt. Oder hier unten ist es halt, genau andersrum, da kassieren wir halt hohen Schaden, also da kassieren wir nicht so viel hohen Schaden jetzt von Elementaren. Also jetzt hier diese Blume würde nicht so viel Schaden an uns anrichten, aber wo wir viel, viel einstecken müssen, ist halt bei Wildtieren. Genauso andersrum ist es auch bei unseren Gegner, bei unserer Gegnerblümchen hier, die macht halt erhöhten Schaden an Mechana-Haustieren und steckt halt, also teilt nicht so viel Schaden aus an Kleintieren. Also an uns, wie gesagt, macht sie dann halt nicht so viel Schaden. Genauso auch hier unten, genauso wie auch, ja, verringerter Schaden an Mechana und macht halt erhöhten Schaden an Aqua-Haustieren. Ne, also dieses Kammfenster ist wirklich sehr, sehr schön. Was auch noch sehr schön ist an diesem Add-on, wenn wir jetzt hier an Wildtieren oder an Wildhaustieren kämpfen, sehen wir oben, das blende ich jetzt hier mal ein, da sehen wir oben, so ein kleiner Würfel ist da dran und daran sehen wir halt, dass diese Haustiere noch nicht in unserer Sammlung ist. Genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel immer Haar sind, das blende ich jetzt hier auch mal ein, dann sehen wir, wenn wir über dieses Haustier fahren, immer Haar, sehen wir dann gleich unten, so eine kleine Meldung hier, dieses Haustier hast du noch nicht in deiner Sammlung. Also dieses, ähm, Add-on ist wirklich sehr, sehr schön. Ich möchte es auf jeden Fall nicht mehr missen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit natürlich wieder einen schönen, ähm, ja, Add-on-Tipp geben. Ich freue mich natürlich auch immer über Bewertungen bei meinen Videos oder auch Kommentare. Ähm, lasst uns einfach mal ein bisschen was da, wie ihr das Add-on findet oder sonstiges. So, ich würde sagen, ähm, das war's auch schon wieder mit dem Add-on-Tipp. Ähm, wir, ich freue mich natürlich, wenn ihr zum nächsten Add-on-Tipp wieder mit dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch was, bleibt lockerflockig und dann hören wir uns bald wieder. Tschüssi! Welcome to the future.